Für alle Fälle vorbereitet. Extremwetter, Stürme, heftige Gewitter oder Starkregen. All diese Wetterphänomene zählen zum Extremwetter, genauso wie Schneekatastrophen und extreme Hitze. Zahlreiche Studien weisen darauf hin, dass uns Extremwetter als eine Folge des Klimawandels in Zukunft immer häufiger begegnen wird und dass diese Ereignisse immer intensiver ausfallen werden. Ein mögliches Szenario ist Starkregen. Hierbei gibt es örtlich begrenzt und in kurzer Zeit große Niederschlagsmengen. Sie sorgen für Hochwasser und Überschwemmungen, auch abseits großer Flüsse. Auch Sturzfluten, die mit großflächiger Zerstörung einhergehen können, sind möglich. Außerdem können Starkregen und Hochwasser die Versorgung mit Wasser, Gas, Strom oder Telekommunikation beeinträchtigen. Ein weiteres Szenario? Unwetter mit Stürmen und heftigen Gewittern. Diese können Bäume entwurzeln und Gebäude schädigen. Herabstürzende Ziegel oder Äste sowie herumfliegende Gegenstände sind eine Gefahr für alle Menschen, die sich im Freien aufhalten. Es kann auch vorkommen, dass Gebäude so stark beschädigt werden, dass Einsturzgefahr droht. Zudem ist ein Unwetter in der Lage, Stromleitungen zu beschädigen. Durch lose Äste und herabstürzende Bäume. Transportwege können versperrt werden, sodass die Versorgung eventuell nicht mehr garantiert werden kann. Starke Schneefälle und plötzliche Glätte sind ein weiteres Extremwetterereignis, das ihren Alltag gefährden kann. Das kann verschiedene Folgen haben. Verkehrschaos, Lieferschwierigkeiten bei Supermärkten oder beschädigte Stromleitungen, die Stromausfälle nach sich ziehen. Besonders unangenehm in klirrender Kälte die damit verbundenen Heizungsausfälle. Auch extreme Hitze und Dürre stellen eine Bedrohung dar. Denn Hitze ist für den Körper eine große Belastung. Im schlimmsten Fall droht ein lebensgefährlicher Hitzschlag. Bei zunehmender Trockenheit steigt zudem das Waldbrandrisiko. Auch kann die Versorgung durch Dürren beeinträchtigt werden. Beispielsweise durch Einschränkungen im Schiffsverkehr. Deshalb ist es umso wichtiger zu wissen, wie schütze ich mich und mein Umfeld vor Gefahren durch Extremwetter. Mit der richtigen Vorbereitung können Sie den Auswirkungen von Extremwetter besser begegnen. Tipps dazu finden Sie unter notfallvorsorge-bbk.de Für alle Fälle vorbereitet. BBK